Willkommen zu einer weiteren Folge, nein hör auf, komm. TBS Sam, wollte er sagen. Willkommen zu einer weiteren Folge, nein hör auf, du tötest mich. Mit Leerxel. Komm bei Fussel, Armbach zu schnitzeln. Brumm, 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 Brumm. Oh, krass. Du solltest es vielleicht aufnehmen. Okay, hast du gut. Krass. Ich wünsch dir viel Spaß, ich schieße es erstmal nicht. Bin jetzt sauer auf dich. Das ist jetzt Ferien, ne? Ja, ich hab jetzt fähre, ich bin sauer auf dich. Das wollten wir, guck mal, was in der Mitte liegt. Oh, 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 was bringt das nochmal? Ja, das wirst du sehen. Soll ich das aufnehmen oder später? Also ich nehm es jetzt auf, weil mir das langsam zu viel wird. Das ist denn das nochmal? Double Damage. Okay, ne, dann nehme ich das jetzt noch nicht. Du machst die echt schnell kaputt. Noch. Das Auge? Der Kopf? Der Kopf, der Kopf, der aufschießt die Einer in den Weg. Ich kann die Leitern... Wow, Meister Popper. Hat das langsam der Kopf? Oh, dadurch, dass du das aufgehoben hast, kann ich das jetzt nicht mehr aufwärmen, irgendwie. Ja, weil du zu lange gebraucht hast. Alter, der Scheiß-Zombie hat mir gerade ziemlich derbe Damage gegeben. Ja, wenn die direkt vor dir stehen, sind die echt böse. Tun sie. Öfter. Ich bin tot. Weißt du was? Ich hab keinen Nerv mehr. Ich hol jetzt die Vögel raus. Okay, ich hatte nur noch... Es sind ein paar viele Zombies. Ich hatte nur noch zwei. Hinter dir. Alter, hat der es jetzt mal? Ich hab keinen Nerv mehr, ernsthaft. Ist so. Oh, hier ist Serious... Äh... Money. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Bin ich gerade auch wohl vor. Alter, ich weiß nicht mehr, wo ich hinschießen soll. Ich snipe mit meiner OZ. Ja, und ich spraye. So wie bei Black Ops. Nur, dass du da keine OZ hast. Doch, da hab ich ne MP. Ja, okay, ne MP. Das lasse ich gelten. Haben wir es jetzt? Ja. Endlich. Simba, schau mal. Ah, schon wieder. Was denn? Pisst euch alle. Äh... Ah, kommt schon. Oh, sorry. Okay. Danke Gott, du kamst. Danke Gott, du wirst du weg. Diese Stimme. Ja, die Stimme ist echt creepy. Kann man hier ne Rakete in den Kopf schießen? Testen wir mal. Keine Ahnung, wir sollen weiterlaufen, komm. Wir sollen doch nicht weiterlaufen. Ich hab Rüstung gefunden. Ich hab Rüstung verloren. Ich sollte damit aufwägen, glaube ich. Wieso? Du unterhalst die Leute damit. Okay. Oh Junge, und du sollst nicht auf mich schießen. Das war ich nicht. Ja, ja, genau, du rennst, bist der Einzige, der hier mit aus Shotgun rumrennt. Das stimmt. Lass dir mal zeigen, wie ich dir ne Breitseite geben kann? Du willst das nicht. Leg es nicht drauf an, ich bin waffentechnisch besser ausgestattet als du. Bist du gleich waffenwillig? Ja, ja. Sollte dir zu denken geben. Okay. Oh, das ist ein Schild. Da war ein Schild. Ähm. Go through the prison block. Okay. We kind freeze, uh, fuse. Ja, ja, komm, Fresse. Ja, du fresse. Ich lebe noch. Das Muni. Guck mal Muni. Oh, danke. Geld. Cool. Was war hier? Oh, hier ist Lim. Ja, da war ich schon. Wow! Da ist der vor mich gesprungen, ein wenig. Da hinten um die Ecke steht noch ein Zombie. Gut, der ist nicht tot jetzt, aber... Ist alles tot? Nein. Jetzt? Nein. Okay, ich gehe trotzdem mal rein. Okay. Ich sammle das Geld auf, dann komme ich nach. Okay. Danke. Hier ist Leben. Hier. Da war Rüstung. Oh ja, da. Und hier? Keine Ahnung, ich glaube, ich bin schon weiter. Hey? Oh, es lockt. Mach auf. Das hört sich an, als würde sich gerade irgendwer in die Nase putzen, wenn die Türen aufgehen. Wie kriegt man so eine Tür auf? Keine Ahnung. Geh mal beiseite. Ich zeig dir's. Okay, so geht's nicht. Dann gehen wir weiter. Aber die anderen waren noch auch, oder nicht? Ja, die anderen. Die anderen waren noch auch zu, oder nicht? Nee. Nee. Okay. Ähm. Warte. Warte. Nicht zerstören. Wir klettern da jetzt hoch. Okay. Wo willst du denn? Ich glaube, da haben wir keine Zeit mehr für. Da ist ein Fenster da oben. Ich glaube, wir haben da keine Zeit mehr für. So glaube ich das auch. Oh mein Gott. Ich brauche Leben und zwar ganz schnell. Sind die irgendwie größer geworden, oder sieht das nur so aus? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Du sollst nicht auf mich schießen. Oh mein Gott. Tut mir leid. Macht so Spaß. Du Idiot. Geh mal vor, wenn du mit Vögeln rum wirst. Ich weiß ja, dass du gut zu Vögeln bist, aber alter. Wieso war mir klar, dass das passiert? War echt cool mit. Oh, sorry. Das hört ich nicht. Ich lass dich da jetzt mal vorgehen und, ähm, mach einen Scheiß. Okay, jetzt sind meine Vögel leer. Jetzt können wir beide gehen. Hey. Hab ich dich getroffen? Ich wollte da reinschießen. Weil da einer steht. Stand. Unglaublich, ey. Wie oft du mich schon wieder getötet hast. Stirb. Wieso schießt du auf mich? War ich nicht? Hallo? War ich nicht? Hallo? Ich weiß nicht. Was war in dem Raum? Was war in dem Raum? In dem Raum. Ach so, da war eine Kiste und Geld. Also Geld und noch mehr Geld. Gut, ne? Komm mal vor, nicht. Was ist so schön? Wohrlich. 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 Ich hab gar nicht aufgepasst, wie lange ich schon aufnehmen mit dieser Folge. Ist auch egal. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Hier. Wohrlich. Ich liebe diese Typen. Und hasse sie. Okay, du schießt, ich schimmelte mich hinter dich und guck zu. Wohrlich. Guck zu. Würgerl. Wohrlich. Tôi. Das ist bloß. Das muss ich dir jetzt noch einmal wirklich darstellen. Kohlgeist und Locked Explosions Schuss Ha 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 Gerade nicht sei es in den Mittagsdauer geschossen, wer läuft mir in den Sniper? Warte, Kuba, Kuba Kuba, Kuba Kohlgeist und Locked Explosions Dümdümdüm Wie war das nicht so cool wie ich dachte? Nein, was nicht Ich bin halt langweilig und dumm Ja, stimmt Du schießt, ich geh hier durch Hm? Ist noch Mini-Leben Komm Komm Na komm mal her Hör auf zu schießen Hab ich dich getroffen? Ja, hast du War nicht mein Also schon in der Nähe von dir mit meinem Visier, aber nicht drauf Als kriegst du hier wieder Rüstung und so dazu, dann passt das Was? Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon durch dich gestorben bin, ey, das sollte mal echt nachzählen Nachher Ich bin mir glaube ich nicht sicher, ob wir das wissen wollen Ja, aber ich glaube auch, dass du dir nicht sicher bist, dass du das wissen willst Ich glaube schon, dass ich das wissen will, weil Das sieht nicht gut aus Ich glaube, hier ist ein Endboss oder so Ja, ich glaube, das darfst du alleine machen, weil ich komm da nicht rein Echt nicht? Na doch Das ist ganz für Rüstung und Leben Ja, rate mal wieso Nehmt mir meine Rüstung nicht direkt wieder ab Ihr Arschloch Ich glaube, das war ich Sorry Ich weiß nicht, wir sollten uns vielleicht nicht gegenüber stellen Und schließen wir uns dann noch und selbst ab Ja, doch Sonst habe ich Angst, dass du mich direkt abschießt Nicht absichtlich nebenher schießt Na, die sind da Meine Fresse, könnt ihr jetzt mal aufhören Orts, die sind da Ne, das sind Zombies Nicht Orks Orks wären harmlos im Gegensatz zu denen schiebst du mir habe ich mit mehr gerechnet okay das war direkt in meiner fresse gespawnt ah schon wieder das finde ich jetzt gerade irgendwie nicht so geil ich auch nicht das oh hier eine lampe lol 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 wackelt es bei dir auch so? nö dann war das vielleicht buggy oder so kommst du? ja würdest du leben, brauchst du mir mit so nee da will ich nicht durch da darfst du durchgehen wow an deinem kopf vorbeigeschossen ja nice das ging irgendwie schneller als erwartet ja du brauchst nicht das hast du mir erstmal ne breitseite gegeben oh sorry 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 wegen dem ich NEEEIN ich bin tot hör auf Lerx ich glaube wir wenden mal eben diese Folge auch wieder mit dieser wunderschönen Aussicht auf den Schamanen und äh bis später tschüss 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 tschüss